Hallo zusammen, herzlich willkommen bei Kreativstudio Pavel Kaplun. Heute ist Freitag und es gibt natürlich ein neues Video. Um was geht in diesem Video? Es geht um perfekte Drucke mit ICC-Profilen. Musik Jeder von euch macht wahrscheinlich solche Bilder oder Bilder auf Acryl oder auf Leinwand oder auf Aquarellpapier, auf anderen Papiersorten. Und jeder möchte, dass vom Bildschirm das Bild auf Papier genauso übertragen wird. Das ist ein Thema ohne Anfang und ohne Ende. Und es ist ganz wichtig, dass wir entsprechende Vorkehrungen treffen, dass wir die Bilder dann so ausdrucken, dass wir zufrieden sind. Ich habe jetzt hier einige Bilder vorbereitet, also zum Beispiel das hier, das ist mein neuestes Werk. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, das ist sogar ein bisschen vergoldet. Ja, das kommt jetzt nicht so aus dem Drucker, sondern das ist eine extra Finalisierung. Die werde ich euch irgendwann mal zeigen, wie das geht. Jetzt erstmal nicht. Aber es geht mir darum, dass ich die Bilder dann so ausdrucke, dass ich sage, okay, ich bin jetzt mit den Farben zufrieden. Ich habe die Farben auf dem Bildschirm gesehen und ich habe mir sie genauso vorgestellt. Ich habe früher sehr viel gemalt mit Öl, mit Aquarell, mit Acryl, mit anderen Farben. Und da war es natürlich einfach. Also da hat man gemalt, man hat die Farben so gemischt, man hat die Farben aufgetragen und man hat letztendlich das Bild genauso gekriegt. Jetzt ist das ein bisschen anders. Wir müssen doppelt denken. Wir müssen das Bild auf dem Bildschirm betrachten. Und dann, im Idealfall, sollten wir natürlich einen Probedruck machen, um zu schauen, wie das Ganze auf Papier oder auf anderes Medium rüberkommt. Damit das Ganze nicht schief geht, bei Profis gibt es sogenannte Proofs. Profis, Proofs, ja. Also, Proofs, das sind im Prinzip Probedrucke. In Werbeagenturen, wo ich gearbeitet habe, haben wir immer, bevor wir eine Sache in Druck gegeben haben, haben wir einen Proof bestellt, um die Farben zu vergleichen. Und Proof, das ist dann praktisch ein verbindlicher Ausdruck. Und auf diesem Ausdruck können wir sehen, okay, hat das geklappt oder es hat nicht geklappt. Heutzutage macht man nicht nur Proofs, also nicht nur Ausdrücke, sondern auch Soft-Proofs. Das sind im Prinzip Simulationen, die man auf dem Bildschirm sieht und diese Simulationen zeigen, wie das Bild auf einem bestimmten Medium aussehen wird. Also diese Bilder, die habe ich jetzt zum Beispiel so gedruckt oder so drucken lassen, dass ich sie erst mal auf dem Bildschirm angeschaut habe. Ich habe sie mit ICC-Profilen simuliert. Und dann wurde mir auf dem Bildschirm gezeigt, okay, es wird ein bisschen heller oder es wird ein bisschen dunkler oder die Farben sind nicht so intensiv. Das ist ganz normal, weil es gibt verschiedene Medien. Zum Beispiel auf Acryl ist meistens alles perfekt. Also da haben wir im Prinzip einen Druck 1 zu 1. Oder auf hochwertigen Hochglanzpapieren. Auf jeden Fall, da wo Medium nicht so kompliziert ist, ist das wirklich ein einfaches Spiel. Also es ist im Prinzip 1 zu 1. Bei der Leinwand und Leinwand gehört zu meinem Lieblingsmedium. Also hier ist es natürlich so, dass wir Abstriche machen müssen. Also es wird vielleicht nicht ganz so brillant, nicht ganz so farbtensiv. Deshalb machen wir eine Simulation auf dem Computer und sagen, okay, jetzt gucken wir mit einem bestimmten ICC-Profil das Bild an. Und wenn uns das Bild nicht zusagt, dann können wir ein bisschen an bestimmten Reglern drehen. Ich habe für euch jetzt ein Beispiel vorbereitet. Ich zeige euch jetzt auf dem Computer, wie ich das mache. Ich bestelle meine Bilder, also das, was hier steht, das ist alles von Whitewall. Und Whitewall stellt Profile zur Verfügung. Das ist natürlich eine sehr große Hilfe. Ich finde das großartig, speziell bei solchen Kunstwerken, wo alles hundertprozentig stimmen muss. Weil hier kommt noch Acryl, hier kommt noch Gold. Also da kann man nichts dem Zufall überlassen. Und deshalb bei solchen hochwertigen Produktionen ist es besonders wichtig, dass wir die Simulation durchführen. Okay, jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert, wo ihr die Profile kriegt, wie ihr die Profile im Photoshop anwendet. Und ich denke, das ist für euch eine gute Hilfe oder ein kleiner Tipp, wie man das Ganze machen kann, damit die Bilder auf dem Computer und auf dem Druck fast genauso aussehen. Das Ganze funktioniert nach dem folgenden Prinzip. Also, ich habe schon gesagt, es geht um Whitewall. Und bei Whitewall, wenn wir zum Beispiel auf der Home-Seite sind, also da gibt es halt die ganzen Bestellsachen und so weiter, da können wir einfach mal nach unten scrollen und auf ICC Farbprofile klicken. So, jetzt haben wir die Option, Farbprofile herunterzuladen. Hier stehen alle Produkte, die Whitewall anbietet und man kann ein entsprechendes Profil für ein entsprechendes Produkt herunterladen und dann installieren. Ich bestelle generell entweder Leinwand oder zum Beispiel auf Acryl, Direktdruck hinter Acrylglas oder Direktdruck auf Aluträgerplatte. Das sind so interessanteste Sachen für mich, die ich persönlich sehr mag. Und diese Profile habe ich schon heruntergeladen. Jetzt ist die Frage, wo speichern wir diese Profile? Das kann ich natürlich auch zeigen. Bei Apple sieht das folgendermaßen aus. Wir haben hier bei Macintosh, System, Library, ColorSync, Profiles. Also das sind jetzt die Profile, die ich gespeichert habe. Mehr brauchen wir hier im Prinzip nicht. Also das sind jetzt nur die, die ich tatsächlich benutze. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich alle herunterladen und installieren. Aber für mich kommen jetzt im Moment diese zwei in Frage und die habe ich jetzt drin. Wie geht es weiter? Also weiter geht es so. Also schmeißen wir jetzt Internet raus. Ich bin jetzt gerade in Photoshop und habe das Bild geöffnet, welches ich jetzt zum Beispiel auf Leinwand oder hinter Acrylglas bestellen möchte. Wir haben jetzt eine ganz normale Ansicht in RGB und um ein Softproof zu simulieren, um zu sehen, wie das Bild dann tatsächlich auf Leinwand aussieht, welche Unterschiede es gibt, gehen wir auf Ansicht, Proof einrichten und dann auf Benutzer definiert. Benutzer definiert bedeutet, wir können jetzt hier sagen, okay, also eigene Proofbedingungen und hierbei simulieren das Gerät. Wählen wir jetzt zum Beispiel Canvas, das ist Leinwand oder wir nehmen Acrylglas. Das sind die Profile, die ich installiert habe. Und schaut mal, das ist ein Unterschied. Klar, auf Leinwand gibt es nicht so einen Farbumfang wie auf Acryl und das sieht man ganz deutlich, speziell hier bei diesem blauen Bereich. Was bringt uns das? Wir können natürlich jetzt die ganze Geschichte ein bisschen korrigieren. Ich mache das dann so, also ich bleibe bei diesem Profil, gehe dann zum Beispiel auf Bildkorrekturen, Tonwertkorrektur und mache vielleicht ein bisschen mehr Kontrast, sodass das Ganze etwas intensiver wird. Aber Vorsicht, es besteht die Gefahr, dass wir hier irgendwelche störende Farben bekommen. Deshalb arbeite ich damit immer sehr vorsichtig, sehr sorgsam. So, jetzt habe ich Tonwertkorrektur gemacht. Dann kann ich sagen, okay, ich gehe jetzt zum Beispiel auf Farbton-Sättigung und mache das Ganze etwas farbintensiver. Gut, also hier kann ich nichts machen. Ist so und das ist schon okay. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, dass man diese Bilder dann tatsächlich noch ganz gut drucken kann und die kommen wirklich gut. So, jetzt haben wir das Ganze gemacht. Gut, ich kann das über Einstellungsebenen machen oder einfach so über Bildkorrekturen. Okay, machen wir STRG-E, also alles auf einer Ebene. Und ja, jetzt habe ich mein Proof simuliert. Jetzt gar nicht Command-Y, drücken, dann gehe ich zurück zu RGB. Das sieht jetzt auf jeden Fall ein bisschen anders aus, wenn wir jetzt gucken. Auf, wo war das nochmal? Ebene durch Kopie. Ne, das war anders. Okay, ist egal. Auf jeden Fall, das was ich jetzt vorher gemacht habe, das sieht jetzt etwas anders aus als vorher, weil ich die Donut-Korrektur eingebaut habe, weil ich die Farbton-Sättigung benutzt habe. Und deshalb kann ich sagen, okay, in RGB sieht das vielleicht jetzt ein bisschen zu intensiv aus, aber übertragen auf Leinwand wird das schon ganz gut sein. So, und dann, wenn ich sage, okay, ich möchte das Ganze jetzt nochmal praktisch auf Acrylic-Glas drücken, dann gehe ich zurück im Protokoll, sodass ich wieder Original habe. Und dann gehe ich zu Ansicht, Proof, Einrichten, Benutzer definiert und dann wähle ich jetzt zu simulieren das Gerät Acrylic-Glas. Das ist eine andere Geschichte. Ich finde, das Bild sieht hier ganz gut aus, also ich muss im Prinzip nichts korrigieren, aber wenn ich will, kann ich sagen, okay, ich mache auch hier ein bisschen mehr Kontrast, ja, dass es etwas intensiver, etwas knackiger aussieht. Und ja, dann kann ich das auch hier auf einer Ebene reduzieren und mit Command-Y gehe ich zurück zu RGB. Ja, so viel dazu. Also ich habe jetzt praktisch in Photoshop simuliert, wie das Bild aussehen wird auf einem bestimmten Medium. Kleiner Tipp am Rande, schaut das am besten auf dem grauen Hintergrund an, das ist ganz wichtig. Nicht, dass das weiß ist oder schwarz, das ist viel zu kontrastreich. Auf dem grauen Hintergrund sieht das gut aus und so könnt ihr das objektiv beurteilen. Ich hoffe, ich konnte einem oder anderen dabei helfen. Also so funktioniert das mit Softproof. So, das war es für heute. Ja, ich denke, ich konnte euch ein bisschen helfen, oder? Ja, auf jeden Fall denkt daran, also Simulation ist ganz wichtig. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr ziemlich sicher sein, dass das Bild aus dem Druck gut rauskommt. Okay, das Thema war kompliziert und wir werden uns am nächsten Freitag sehen. Da arbeite ich schon jetzt an einem neuen Video. Wer noch mehr über Fotografie, Bildbearbeitung, Photoshop und so weiter lernen möchte, schaut bei uns im Shop vorbei. Ich sage das immer, aber es gibt einige, die noch nicht im Shop vorbeigeschaut haben. Das ist natürlich ganz schlecht. Da haben wir natürlich verschiedene Videos, auch zum Thema Reisefotografie, verschiedene Photoshop-Techniken ohne Ende. Und bald kommt eine neue DVD raus. Ich verrate noch nicht, was das ist, aber es wird für euch bestimmt interessant. Und wir haben zwei Fotoreisen, Singapur und Montenegro. Wer noch nicht gebucht hat, hat die Chance. Diese zwei Reisen finden auf jeden Fall statt, weil wir haben schon genug Anmeldungen. Und ich denke, das wird auch eine interessante Geschichte, um am begehrte Fotomotive zu kommen. Also, bis zum nächsten Freitag. Ich wünsche euch alles Gute, seid brav und macht gute Bilder. Tschüss. Tschüss.